Sarah Harrison, lustiger Streich ihrer Familie Sie völlig aus dem Konzept Sarah Harrison, 31, und ihr Ehemann Dominik Harrison, 31, leben mit ihren zwei Kindern Mia Rose, 5, und Kayla, 2, im sonnigen Dubai. Das ist der glücklichen Familie dort sehr gut zu gefallen scheint. Zeigen Sie mit regelmäßigen Einblicken auf Instagram. Dabei sorgen Sie bei Ihren Follower, Ihnen nicht für große Begeisterung und auch für das eine oder andere Lächeln auf den Lippen. Mit sichtlich guter Laune wendet sich Sarah Harrison an ihre Fans und möchte tolle Neuigkeiten verkünden. Doch leider kommt alles anders als ursprünglich geplant. Erst wird sie von ihrer jüngsten Tochter unterbrochen und dann erlaubt sich Dominik auch noch einen besonders effektiven Scherz. Im Video sehen Sie, was passiert ist. Verwendete Quelle, Instagram.com